Hallo ihr Lieben, willkommen auf eurem Kanal Kraft der Seelen Tarot. Ich bin Cynthia und heute schauen wir uns an, was für euch Singles und Beziehungsstatus unklar in der Liebe im August passieren wird. Welche Nachrichten die geistige Welt für euch da bereithält. Wenn ihr alle Infos haben wollt zum Thema, dann klickt am Ende des Videos auf die Playlist Singles August. Die wird eingeblendet oben rechts am Ende und da sucht ihr euch dann euren Aszendenten, Mond und Venus Zeichen raus und schaut euch das auch noch an. Dann erst wird eben ein komplettes Bild daraus. Wie immer der Hinweis, dass es eine allgemeine Legung ist und wenn es nicht mit euch resoniert, dann war es diesmal nicht eure Energie. Dann wartet, bis die Wochenlegungen kommen, ob ihr da energetisch mit drin seid. Und ansonsten bleibt mir noch zu sagen, legen wir los. Wir bitten die geistige Welt um Informationen und Impulse für die Skorpione, die Single sind oder die Skorpion und die Skorpione, deren Beziehungsstatus unklar oder kompliziert ist. Für den Bereich Liebe im August. Vielen Dank. Acht der Schwerter auf dem Kopf, die liebenden Königen der Stäbe, sechs der Stäbe, sechs der Kälche und die Mäßigkeit. Wir haben Zwillingsenergie und wir haben Schützeenergie. Meine Lieben, wisst ihr, wann die große Liebe vor der Tür steht? Wenn ihr euch von der Vergangenheit löst. Hier gibt es, und das ist eine wahnsinnig tolle Nachricht, die Möglichkeit, einen Seelenpartner kennenzulernen im August. Also, das haut euch von den Socken. Das berührt euch ganz, ganz tief. Das ist jemand, mit dem ihr Pferde stehlen könnt. Das ist jemand, der euch auch körperlich wahnsinnig erfüllt. Das ist jemand, vor dem ihr euch zeigen könnt. Das ist jemand, wo ihr wirklich sehr, sehr authentisch euch selber leben könnt, weil ihr das Gefühl habt, dass das ist, ihr seid irgendwie aus dem gleichen Stück Holz geschnitzt. Und das ist möglicherweise auch jemand, der die Frage in euch auslöst, was habe ich eigentlich in der Vergangenheit gemacht? Also, das war ja Quatsch. Also, ich habe mich da abgeackert, ich habe gelitten, ich habe dies, das gemacht. Hoffnung, Hoffnung, Hoffnung und so weiter und so fort. Und jetzt erst mit dir, neuem Gegenüber, merke ich, was Liebe wirklich bedeutet oder bedeuten kann. Wie sich das eigentlich auch anfühlen kann und soll. Das hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen können, dass ich das fühlen kann. Ich dachte immer, das ist Hollywood. Also, das ist wirklich die große Liebe, das ist die Seelenpartnerschaft, das ist eine emotionale und körperliche Erfüllung. Das ist auch jemand, der euch ausgleicht und gleichzeitig lebendig fühlen lässt. Und das ist jemand, also nochmal, es geht nicht nur um das Gefühl von Verliebtsein und Liebe und Angekommensein, was sich da einstellt. Wo ihr sagt, wow, das habe ich so in der Intensität noch nie gefühlt. Das sind auch die ganzen Werte, die man so hat. Das mag Treue sein, das mag Loyalität sein, Solidarität, Ehrlichkeit, Verbundenheit. Und ich sage mal, da stimmt die Chemie. Also, ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, je älter man wird, desto seltener ist es so, dass man Menschen trifft, mit denen es auf Anhieb auch so richtig klickt. Wo man, ja, einfach, ja, wo die Chemie stimmt. Und das ist jemand, bei dem es einfach passt. Punkt. Ja, da wird auch nicht lang gezögert, nicht lang gefackelt. Das ist ein, ich sage mal, Gottesgeschenk, ja, wenn man den Begriff verwenden mag. Und wie gesagt, ihr seht euch und sehen wirklich im Sinne von, ich muss mich vor dir nicht verstellen, du musst dich vor mir nicht verstellen. Man hat so ein Gefühl, man weiß, wie der andere tickt. Und es passt einfach, ja, das ist wie das Schweizer Uhrwerk, da greift jedes Zähnchen ganz akkurat ins nächste, äh, jedes Zahnrädchen akkurat ins nächste. Und meine lieben Leute, das ist, ähm, körperlich wahnsinnig gut. So wie es hier liegt, habt ihr wahrscheinlich den Gedanken hoch. Das ist das erste Mal, wo ich so richtig mit jemandem intim geworden bin. Da merkt man so richtig die Verschmelzung, ja, also nicht nur körperliche Befriedigung, sondern wirklich die Verschmelzung von Seelenanteilen. So, drei der Nunzen, acht der Stäbe. Kommunikation ist dann auch noch super. Das ist wirklich, also wir haben hier den Fortschritt, wir haben die guten Nachrichten und wir haben hier wirklich die souveräne, klare, respektvolle Kommunikation miteinander. Das wird auch sehr überraschend und plötzlich passieren. Das ist wirklich so ein, ähm, fällt mir über die Füße Situation. Es gibt hier einige, nicht lachen, die im August so ein bisschen aussortieren und vielleicht Sachen, irgendwelche Erbstücke, wo ihr jetzt sagt, das hat jetzt für mich nicht den ideellen Wert, aber das kann ich noch zu Geld machen. Wo ihr da in so einen Antikladen oder Trödelladen oder ich weiß gar nicht, wo man so Sachen versetzen kann, ähm, hingeht und, und das, ähm, ja, Vergangenheit loslasst. Das kann eine Situation sein in dem Kontext, wo ihr diesen Menschen kennenlernt. Es kann sein, dass ihr diesen Menschen beim Sport kennenlernt. Es kann aber auch sein, dass ihr diesen Menschen bei irgendwelchen spirituellen Praktiken, und das muss jetzt nicht irgendwie die Yoga-Meditationsstunde, ähm, im Buddhistenzentrum sein. Das kann auch wirklich ein erholsamer Spaziergang sein, wo ihr mal runterkommen wollt, wo ihr sagen wollt, ich will mich vom Stress des Alltags befreien. Ich möchte vielleicht auch ein bisschen Selbstreflexion betreiben, ja, und ziehe mich deshalb irgendwie auf ein schönes Stück Wiese im Draußen zurück. Es kann aber auch durchaus sein, dass ihr ganz banal auf dem Weg zur Arbeit jemanden kennenlernt, beziehungsweise kann es sein, dass ihr in einem Kontext arbeitet, wo ihr vielleicht mit anderen Firmen zu tun habt, und da ist neuer Kontakt, ne, ne, eine neue Schnittstelle, sag ich jetzt mal. Was weiß ich, ihr seid im Einkauf und, ähm, ihr, äh, habt da eine neue Firma XY, die weiß ich nicht was irgendwie für euch, für eure Firma liefern, und müsst da Preise verhandeln, und da lernt ihr jemanden kennen. Also, das kann auch durchaus in so einem Kontext sein. Aber das ist wirklich jemand, nochmal Seelenverwandter, das stimmt's auf allen Ebenen, und man ist auch sehr, sehr schnell in einem Austausch und in dem Wissen, in der Überzeugung mit dir, mein Lieber, meine Liebe, schön, dass du endlich in mein Leben geploppt bist. Ähm, da macht man Pläne, da geht's sehr schnell nach vorne. Meine Lieben, für ein komplettes Bild, Aszendenten Mond, Venus mit anschauen, und, ähm, für mehr, für mehr Skorpion, Legungen, einfach nochmal eure Skorpion-Playlist anschauen, dann wünsche ich euch einen wundervollen August, alles, alles Liebe, und bis ganz, ganz bald. Und, ähm, für mehr, für mehr, für mehr, für mehr, für mehr.